Modelltest 1 Hörverstehen Teil 1 Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. 20 Uhr, die Nachrichten. Berlin. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Walter, hat die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr als katastrophal bezeichnet. Die laue Erholung sei angesichts der vergangenen drei Jahre der Stagnation ein unerträgliches Ergebnis, sagte Walter im Deutschlandfunk. Das erste Quartal sei bereits schlecht gelaufen, der Geschäftsindex gehe weiter zurück und nun drohe auch das Ostergeschäft auszufallen. Dazu könne von einem Aufschwung, wie ihn die Bundesregierung prognostiziert hatte, keine Rede sein. Auch die sechs führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben für das laufende Jahr ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,5 auf 0 Prozent nach unten korrigiert. Berlin. Berlin. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit der geplanten Förderung von Spitzenuniversitäten in Deutschland. Dazu wird Bundesbildungsministerin Bulman einen Bericht vorlegen. Sie hat mit den Ländern vereinbart, dass bis zum Jahre 2010 rund 1,9 Milliarden Euro in den Aufbau von Elitehochschulen investiert werden. Von dieser Summe will der Bund rund drei Viertel übernehmen. Einzelheiten der Finanzierung sowie mögliche Fachrichtungen und Studienabschlüsse müssen mit den Ländern aber noch abgestimmt werden. Cannes. In Cannes beginnt heute das 57. Filmfestival. Eröffnet wird die Veranstaltung mit Pedro Almodovas Film La Mala Educación. Erstmals seit 1993 wurde wieder ein deutscher Wettbewerbsbeitrag geladen. Mit dem Film Die fetten Jahre sind vorbei, des in Berlin lebenden Österreichers Hans Weingartner, kehrt Deutschland nach elf Jahren wieder in den Hauptwettbewerb von Cannes zurück. Lausanne. Im schweizerischen Lausanne fällt heute eine Vorentscheidung über den Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 2012. Das internationale Olympische Komitee IOC bestimmt, welche Bewerberstädte weiter in der Auswahl bleiben. Insgesamt bewerben sich neun Städte, darunter Leipzig, zusammen mit Rostock. Die endgültige Entscheidung über den Austragungsort fällt im Juli nächsten Jahres. Darmstadt. In Darmstadt hat gestern Abend ein vierjähriger Junge seine Eltern und die Polizei in Atem gehalten. Der Junge hatte im Flur seines Elternhauses gespielt, war dann aber plötzlich verschwunden. Die Polizei entdeckte den Jungen nach stundenlanger Suche, wohlbehalten auf dem Parkplatz des Finanzamtes Darmstadt, und brachte ihn zurück nach Hause. Wiesbaden. In Hessen suchen noch über 21.000 junge Leute einen Ausbildungsplatz. Für sie standen Ende April nur 9.400 Angebote zur Verfügung. Das teilte die Regierungsdirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit mit. Am Tag des Ausbildungsplatzes, am vergangenen Donnerstag, hatten Berufsberater knapp 950 neue Ausbildungsplätze ermittelt. Bei der Veranstaltung wurde weiterhin für die Schaffung neuer Ausbildungsplätze geworben. Ergebnis? 439 Jugendliche können noch in diesem Jahr ihre Ausbildung antreten. Hörverstehen Teil 2 Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Träumen Sie nicht auch davon, mal wieder dem Alltag zu entfliehen, abzuschalten und auszuspannen? Von Luxus und Erholung? Von Wellness? Wellnessreisen sind der neueste Trend in der deutschen Urlaubslandschaft und unser Thema heute. Zu Gast im Studio ist Klaus-Dieter Hesenbrink vom Deutschen Tourismusverband in Düsseldorf. Guten Morgen, Herr Hesenbrink. Guten Morgen. Viele Deutsche fliegen nicht mehr ins Ausland oder machen lange zu Hause Urlaub, sondern haben oft nur noch zwei oder gar eine Woche Urlaub. Die genießen Sie dann aber richtig. Ja, in der Tat. Der Trend geht heute eindeutig in Richtung Kurzurlaub. Viele verbinden den dann auch mit dem Wunsch, etwas für sich, fürs Wohlbefinden und die Schönheit zu tun. Wir sprechen dann von sogenannten Wellnessreisen. Und die werden zunehmend innerhalb von Deutschland angeboten? Ja, genau. Und meist liegen die Hotels in traumhaften Landschaften, umgeben von Wiesen und Wäldern, manchmal sogar in Naturschutzgebieten, in den deutschen Mittelgebirgen, im Bayerischen oder im Schwarzwald, aber auch in der mecklenburgischen Seenplatte oder an der Ostsee. Und es sind oft auch wirklich exklusive Unterkünfte. Was heißt das? Na, also wenn Sie die Prospekte einmal durchsehen oder sich auf einer Reisemesse umschauen, da sind oft Fünf-Sterne-Hotels dabei. Manchmal noch alte, restaurierte Gebäude wie Schlösser oder Herrenhäuser oder Anwesen mit mediterranem Ambiente. Das klingt ja wunderbar und teuer. Ist so ein Wellness-Urlaub so teuer, wie es sich gerade anhört? Naja, also wie immer hat natürlich auch hier Qualität ihren Preis. Es handelt sich ja um einen Bereich mit personalintensiven Dienstleistungen und vielen Extras. Und die können eben nur von geschulten Mitarbeitern durchgeführt werden. Denken Sie nur mal an all die Massagen, die Schönheitsbehandlungen, an Aqua-Aerobik, Wirbelsäulengymnastik, römische Dampf- oder Rasulbäder, Schlamm-Algenbäder. Und dann gehört ja oft auch noch ein Gesundheits-Check mit zum Programm. Und das kann natürlich nur ein approbierter Arzt machen. Also nur etwas für den vollen Geldbeutel? Nein, nicht unbedingt. Oft bieten diese Wellness-Hotels auch sogenannte Pakete an. Die enthalten dann zum Beispiel fünf Übernachtungen, ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, zwei Massagen, vielleicht noch zwei Bäder. Und das kann so ab 269 Euro pro Person kosten. Oh, naja, das geht ja noch. Und im Preis inklusive sind dann meist noch Sportmöglichkeiten. Diese Hotels haben in der Regel ja eine großzügige Bade- und Saunalandschaft, Golfplätze, Tennisplätze. Und das wird dann auch stark genutzt, weil die Gäste ja jetzt überhaupt erst einmal Zeit haben, Sport zu treiben. Zu Hause passt das ja nicht immer in den Terminkalender. Und viele Hotels haben außerdem noch Rahmenprogramme, wie zum Beispiel geführte Wanderungen in der Umgebung, Radtouren, Reitausflüge oder medizinisch-naturheilkundliche Vorträge oder ernährungsbezogene Seminare für interessierte Gäste. Also, es gibt auch Gäste, die nur den Wunsch nach Ruhe haben, natürlich. Die nur lesen oder einfach nur faul sein wollen. Also, Angebote für jeden Geschmack. Wer macht eigentlich so einen Wellness-Trip? Ein klassischer Familienurlaub ist es ja sicher nicht. Ja, da haben Sie recht. Also, Wellness ist ja nicht nur mit Erholung, mit sich mal was besonders Gutes tun verbunden, sondern oft steht auch die Schönheit mit im Vordergrund. Und das heißt also, es kommen vorwiegend Frauen. Häufig alleine, dann ist die Reise meistens ein Geschenk vom Ehemann. Aber viele Frauen kommen auch gern zu zweit, mit der besten Freundin zum Beispiel. Und Männer? Oder schicken die nur ihre Frauen zur Erholung? Nein, nein, also, Wellness spricht auch Männer anders, ja, keine Frage. Viele Hotels bieten neben diesen Programmen für die weibliche Schönheit auch Men's Beauty an, also speziell auf den Mann zugeschnittene Angebote. In Deutschland, und sicher nicht nur hier, legen immer mehr Männer sehr viel Wert auf ihr Aussehen und ein gutes Körpergefühl. Gesundheit und Entspannung ist auch für Männer wichtig. Vielleicht sollten dann ja mehr Frauen ihren Männern mal eine Wellnessreise schenken und nicht nur andersherum haben. Ja, genau. Wellness und Gesundheit, Herr Hiesenbrink, muss man da alle Kosten selber tragen oder kann man da auch mit der Krankenkasse rechnen? Indirekt. Krankenkassen wollen ja nicht nur im Krankheitsfalle helfen, sondern auch vorbeugend aktiv sein. Viele Kassen kooperieren deshalb mit diesen Wellnesshotels. Kooperieren, was heißt das? Also Urlauber, die einen Wellnessurlaub auf Empfehlung ihrer Krankenkasse buchen, die bekommen dann einen günstigeren Preis. Oft schon 30 Prozent unter dem Normalpreis. Nicht alle Krankenkassen machen das natürlich, aber doch schon einige. Fragen Sie doch mal bei Ihrer Krankenkasse nach. Na, das mache ich doch gleich morgen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht haben Sie ja jetzt auch Lust bekommen und Ihre nächste Reise führt in eins der vielen Wellnesshotels in Deutschland. Vielen Dank an Sie, Herr Hiesenbrink, für das Gespräch und für die anschaulichen Informationen. Ja, gerne, bitte. Sie hören jetzt fünf kurze Texte. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Nummer 56 Sie segeln gerne und hören Folgendes im Radio. Segler aufgepasst. Es ist wieder soweit. Am 19. Juni eröffnet die 32. Kieler Woche, das größte Segelsportereignis der Welt. Besichtigungen und Tagesturns auf Windjammern und Traditionsseglern stehen ebenso auf dem Programm wie ein internationaler Markt mit Spezialitäten aus aller Welt, Straßentheater und Stadtteilfeste. Keinesfalls versäumen sollten Sie die große Windjammerparade am 26. Juni um 11 Uhr. Kultureller Höhepunkt ist sicher die A Cappella-Gruppe Die Prinzen beim Classic Open Air Konzert am 23. Juni um 20.30 Uhr auf der HSH Nordbankbühne in der Kieler Innenstadt. Egal ob mit Yacht, Jolle oder Surfbrett. Auf zum größten Sommerfest im Norden Europas. Nr. 57 Sie hören folgenden Veranstaltungstipp im Radio. Am 16. Juni startet wieder der JP Morgan Chase Corporate Challenge Lauf in Frankfurt. 51.140 Läufer und Läuferinnen aus 1831 Firmen haben sich diesmal für die 5,6 Kilometer lange Strecke in der Frankfurter Innenstadt angemeldet. Der Start liegt in der Hochstraße direkt neben der Alten Oper. Die Ziellinie durchlaufen die Firmenteams in der Senckenberg-Anlage. Rund 50 Journalisten werden zu dem Sportereignis erwartet. Und auch wir sind live dabei auf hessenradio.3. Nummer 58 Sie interessieren sich für Literatur und hören folgendes im Radio. Am 12. Juni findet in Regensburg wieder die Prager Nacht statt. Von 20 bis 2 Uhr gibt es Lesungen und Musik an den verschiedensten und merkwürdigsten Orten der Stadt. Unter anderem im Hafen, im Kreuzgang des Domes, im Polizeipräsidium, im Kaisersaal und in der Ostdeutschen Galerie. Ein Shuttle-Bus fährt Sie, wenn Sie die Veranstaltungsorte nicht zu Fuß besuchen möchten. Gelesen wird aus Werken alter und neuer tschechischer Autoren. Karten gibt es für 12 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen. Nummer 59 Sie hören den Verkehrsfunk im Radio. Hessenradio, die Verkehrsmeldungen Vorsicht auf der B3 Marburg-Frankfurt. Zwischen Stauffenberg und Lolla befinden sich Personen auf der Fahrbahn. A3 Köln-Frankfurt zwischen Rauenheim und Kelsterbach stockender Verkehr nach einem Unfall. Stau auch auf der A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Offenbacher Kreuz und Seligenstädter Dreieck. A3 Würzburg-Frankfurt zwischen Seligenstadt und Offenbach 10 Kilometer Stau. A6 Mannheim-Heilbronn zwischen Firnheimer Dreieck und Firnheimer Kreuz stockender Verkehr durch eine Ölspur. Auf der A8 zwischen München und München... Nummer 60 Sie rufen bei einem Telefondienst an und hören folgendes Herzlich Willkommen bei der Inlandsauskunft von Call a Call. Bei uns erhalten Sie schnell und kostengünstig Mobilfunk, Festnetz, Fax und Vorwahlnummern sowie Anschriften von Teilnehmern in Deutschland. Gerne verbinden wir Sie aus unserem Netz direkt mit Ihrem gewünschten Gesprächspartner und zwar zum selben Preis, als hätten Sie selbst angerufen. Sie hören diese Ansage nun auf Englisch und Türkisch. Welcome to Call a Call. Hörverstehen Teil 2 Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Gabi Edler ist heute zu Gast im Deutschlandradio Berlin. Sie lebt in Leipzig, war dort lange bei den Verkehrsbetrieben, unter anderem eine ganze Weile als Straßenbahnfahrerin. Und seit ungefähr zwölf Jahren, ein bisschen mehr sogar inzwischen, kümmert sie sich um die Straßenkinder von Leipzig. Schönen guten Morgen nochmal, Frau Edler. Nun sind Sie nach so langer Zeit das erste Mal wieder in Berlin und haben mir gleich erzählt, heute Morgen im Hotel sind Sie erkannt worden von einem fremden Menschen. Passiert Ihnen das öfter? Ja, im Moment ja, weil es eben viel durch die Medien gekommen ist. Ich finde es ja auch gut. Ich mache es ja auch bloß wegen Kindern. Können Sie denn in Leipzig noch weiter als, sagen wir mal, 300 Meter aus dem Haus rauslaufen, ohne dass Sie jemand begrüßt? Ja, ein bisschen schon noch. Ist ja nicht nur deswegen. Deswegen ist es ja auch so, mich kennen viele von Verkehrsbetrieben. Wenn man über 26 Jahre bei so einem Betrieb war, dann kennen ihn viele. Das ist ja ganz normal. Die Straßenbahn fährt vorbei, da winken die und klingeln und das ist normal. Wie ging es denn los? Man denkt ja immer auch heute noch, wenn man nicht in Leipzig wohnt und Sie nicht kennt Straßenkinder. Das ist ein Problem von Brasilien, vielleicht von New York, vielleicht gerade so eben noch von Berlin. Wann haben Sie in Leipzig erstmal bewusst das wahrgenommen, dass es das Problem bei Ihnen auch gibt? Also als allererstes habe ich eigentlich wahrgenommen in Frankfurt am Main. Und da habe ich gesagt, 90 war ich eingeladen dort von der Stadt, von Frankfurt. Und da war ich dort gewesen und da habe ich das am Bahnhof gesehen und da habe ich wiedergekommen und da habe ich gesagt, Leute, das kommt ganz schnell zu uns. Und das war ja auch so. Da habe ich eigentlich erst angefangen mit Obdachlosen mich zu kümmern, weil man gemerkt hat, dass viele durch Arbeitslos und Scheidung und dann runtergerutscht sind. Und dann habe ich schon mal ein paar Kids angesprochen und die wollten von mir was haben. Und da habe ich gesagt, ihr kriegt kein Geld, wir gehen zum Bäcker und da kriegt ihr zu essen. Und so fing das eigentlich an. Wie haben die denn da reagiert, als Sie das gesagt haben? Die haben mich erst vor ein bisschen dumm angeguckt, weil ich denke mir, die haben gedacht, sie kriegen Geld und können irgendwas, weiß ich, holen. Zigaretten oder was. Da war es ja auch noch nicht mit dem Drogen so. Es war 92, da war es noch nicht so. Jetzt ist es ja extrem. Die beiden, die damals sozusagen die ersten waren, die Sie angesprochen haben, wie alt waren die ungefähr? Sven war 13 und der andere war 14. Mit denen sind Sie dann wirklich zu irgendeiner Bäckerei und haben was eingekauft? Ja. Haben Sie die danach dann wieder gesehen oder war das erstmal eine Geschichte und dann warum? Nee, das hat sich ganz schnell rumgesprochen unter den Kids, dass sie von mir was kriegen. Vor allen Dingen, ich habe mich dann am Bahnhof hingesetzt in Leipzig. Das sind so Bänke, das kann man schön hinsetzen. Und habe dann eben gewartet, es hat lange gedauert, dass Vertrauen auch zu den Kids, zu dir dann da ist. Und dann dachte ich mir, na gut, Abbruchshäuser waren da damals in Leipzig viele. Da habe ich dann den Abbruchshäuern mitgeschlagen, um denen zu beweisen, dass ich ihnen helfe, dass ich zu ihnen gehöre, also dass ich sie akzeptiere. Das heißt, Sie haben damals noch gearbeitet, in einer ganz normalen Wohnung und Sie haben wirklich in Abrisshäusern übernachtet. Ja, das musste man einfach machen, um denen zu beweisen, dass man zu ihnen steht. Können Sie sich noch an Ihre erste Nacht in so einem Abrisshaus erinnern? Ja, ich bin bald gestorben. War das im Winter oder im Sommer? Im Sommer. Immerhin. Ich bin aber trotzdem bald gestorben, weil das knackte überall. Und naja, wie das so und so. Dann haben die mir auch einen Weg gezeigt, wo ich langlaufen muss, damit ich nicht runterplauze. Sind ja alle kaputt, ist ja ganz klar. Aber ich denke mir gerade die eine, die war damals elf, die hat bei uns bei Lautverkehrsbetrieben gelernt, die hat studiert. Das Mädel ist top. Wie haben denn damals, heute sind Sie in der Stadt überwiegend bekannt und man weiß, was Sie tun und Sie haben eine Menge erreicht. Aber wenn ich mir das damals vorstelle, so nach den ersten paar Nächten im Abrisshaus, wenn dann damals Kolleginnen Sie gefragt haben, hast du letzte Nacht gemacht? Die war im Abrisshaus. Haben die Sie nicht am Anfang auch ein bisschen für verrückt gehalten? Verrückt erklärt haben sie mich. Mein Chef hat gesagt, du hast den Knall. Aber er hat es verstanden und er hat auch immer gleich mitgemacht. Denn es ging ja damals los. Ich habe 1990 die erste Kinderweihnachtsfeier gemacht. Für Bedürftige, da waren es elf Kinder. Jetzt sind es mittlerweile 130, 140, die wir zu Weihnachten, zu einer großen Weihnachtsfeier haben. Da gehe ich am 15.11. gibt es Weihnachtsgeld beim öffentlichen Dienst. Da gehe ich überall sammeln mit Werner Büchse, meinen Kollegen. Da ist jetzt wieder die Büchse, die ich schon erwähnt habe. Genau. Da gehe ich dann sammeln und dann kommen die Wunschzettel von Kids, Gemalde. Und danach gehe ich dann einkaufen bei Galeria Kaufhof und dann kriege ich Rabatt. Wussten Sie sich so ein bisschen, es ist ja, es ist Spendensammeln, das ist eigentlich sehr ehrenwert, aber es hat ja was vom Betteln. Mussten Sie sich überwinden? Nein, ich muss mich nicht überwinden. Ich kenne da nichts. Auch mit Uber. Nein, nein. Ich mache es da nicht für mich. Sie zieht auch hartnäckig, wenn jemand vor Ihnen steht, von dem Sie wissen, der hat so wenig Geld, nun nicht, nicht gleich ein Millionär, aber der hätte schon genug für mal drei, vier Euro. Der sagt erstmal, nee, 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 ich habe jetzt keine Zeit, ich gebe nichts. Laufen Sie dem dann hinterher? Das trauen Sie sich gar nicht. Das trauen Sie sich wirklich nicht. Sie haben tatsächlich ein bisschen diese Ausstrahlung. Ich muss das zugeben, als ich heute Morgen hingehe, da habe ich echt sehr gut kasselt. Sie hören jetzt fünf kurze Texte. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Was Sie am kommenden Wochenende nicht versäumen sollten? Göttingen lädt am Samstag ein zur Parade der Kulturen. Unter dem Motto, Göttingen zeigt all seine Farben, demonstrieren 2000 Menschen in farbenprächtigen Kostümen mit dekorierten Fahrzeugen für ein vielfältiges und friedliches Miteinander aller Kulturen in der Stadt. Auch kulinarisch ein Schmaus. Französische Crepe, türkische Döner, indische Tandoori-Hühnchen, Empanadas aus Argentinien. Mit einem großen Feuerwerk sowie Musik und Tanz aus aller Welt klingt das multikulturelle Stadtereignis am Abend aus. Nummer 57 Sie hören folgendes im Radio Gruselige Geister grüßen gräßliche Gruftis. Geisterhafte Nachricht aus dem Jenseits an alle Inlineskater und Skateboardfahrer. Macht mit bei unserem großen Umzug in der Wiener Innenstadt. Mit Schoko und Schabernack erschrecken wir wieder Geschäftsleute und Passanten. Ob als Skelett, Hexe, Gespenst oder Kürbis. Mit Kostüm geht alles, ohne Kostüm läuft nix. Am Dienstag, dem 31.10. um 18 Uhr trifft sich unsere unheimliche Schar auf der Donauinsel. Auf geht's zum Gruselspaß! Nummer 58 Sie haben einen großen Garten und hören folgendes im Radio. Und hier noch ein Tipp, nicht nur für Hobbygärtner. Am kommenden Samstag öffnet in Köln die Gartenausstellung Köga ihre Tore. Gezeigt werden einheimische und exotische Nutz- und Zierpflanzen, Gartenmöbel, Gartengeräte, Gartenzwerge und vieles mehr. Den einen oder anderen können Sie übrigens auch käuflich erwerben und ins Trauteheim entführen. Parkplätze sind beim Ausstellungsgelände ausreichend vorhanden. Sie können also problemlos mit dem PKW anfahren. Fahren Sie hierzu die... Nummer 59 Sie hören den Verkehrsfunk im Radio. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören jetzt unseren Verkehrsfunk. A1 Bremen, Hamburg Zwischen Stuckenborstel und Bockel Einspurige Verkehrsführung wegen Bergungsarbeiten Viel ist los heute auf der A2 A2 Dortmund-Hannover Zwischen Hamm und Hamm-Üntrop Vier Kilometer Stau A2 Dortmund-Hannover Zwischen Oelde und Reda-Wiedenbrück Ist die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt Und im weiteren Verlauf zwischen Reda-Wiedenbrück und Gütersloh Vorsicht Hier befinden sich Personen auf der Fahrbahn Fahren Sie langsam Nochmal A2 Dortmund-Hannover Zwischen Herford-Bad-Salzuflen und Herford-Ost 7 Kilometer Stau Nach einem Unfall ist der linke Fahrstreifen gesperrt Nummer 60 Sie rufen eine Servicenummer an Liebe Kundin, lieber Kunde Sie hören den Ansagedienst von Allconnect Bei uns erhalten Sie Auskünfte von Auslandsauskunft bis Zeitansage zum Ortstarif Unter 0613 3x30 stellt Ihnen unser Operator handvermittelte Telefonverbindungen ins Ausland her Für Telefonkonferenzen ins In- und Ausland wählen Sie bitte die 0620 3x30 Für R-Gespräche steht Ihnen unser besonderer Service Hörverstehen Teil 2 Sie hören ein Rundfunkinterview Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen Sie hören dieses Interview nur einmal Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55 Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55 Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit Olle Hoppenstedt Inhaber der Roten Koch Produktion Leidenschaftlicher Koch der besonderen Art Star Koch möchte ich sagen Kocht für Punkstars auf Tournee Guten Morgen Und herzlich willkommen im Studio Gleich die erste Frage Legt sich nahe bei einem Koch Was haben Sie gefrühstückt? Eine Tasse Kaffee Guten Morgen Ach Ist ja recht früh Ja, das stimmt Es wäre dann ein ideales Frühstück, so um 10 So um 10 ein Bier und ein Korn Was ganz normales Brötchen mit Honig oder Müsli Da bin ich ja jetzt enttäuscht Ich dachte, jetzt kommen gleich mal ein paar super Rezepte um die Ecke Ja, ich bin doch Koch Ich koche also mehr als ich esse Mein Ziel ist es, dass die anderen glücklich und satt sind Ja, dann sprechen wir mal ein bisschen über Ihren Job Ja, ich habe vor 17 Jahren meinen eigenen Laden aufgemacht Die Rote Koch Produktion Und seitdem koche ich für den Punk- und Rockbetrieb Wie sind Sie da hingekommen? Vater, Rechtsanwalt, Mutter, Hausfrau Sie sind gelernter Koch? Also ich habe eigentlich schon immer schon als Kind gekocht Pfannkuchen, Kartoffelpuffer aus Äpfeln und so Ein Freund meines Vaters hatte einen Partyservice Das war damals in den 70er Jahren noch was ganz Exotisches Und ich bin da immer so rumgehangen und habe gesehen, was der macht Und fand das ganz geil Und dann habe ich mitgeholfen Und später habe ich wirklich eine Lehre gemacht In der Küche des Steigenbergs Ja, und wie kam es zu diesem Namen Rote Kochproduktion? Ich habe ihn mir ausgedacht und ich fand ihn einfach lustig Es gibt ja ein Plattenlabel, das heißt aggressive Rockproduktion Also der Name ist provokant gemeint Kochen Sie auch provokant? Eigentlich gar nicht Oder was meinen Sie? Also am liebsten koche ich vegetarisch Wenn Sie überlegen, was bei uns Tiere gequält werden Wagenladungen von Schwein und Vieh werden durchs Land gekarrt Und unter bestialischen Umständen geschlachtet Und die essen wir dann, ist doch absurd Komplett krank Ja, so mancher Hörer mag sich jetzt denken Da sitzt ein Punk bei mir im Studio Mit buntem Haarturm Und sechs Ringen im linken Ohr Sie wirken aber eher wie ein gepflegter Student Mit kurzen Haaren Nickelbrille, Jeans Das einzig Punkige ist ihr T-Shirt Mit einem Konterpfeil von Nina Hagen Ja, die große Dame des deutschen Rocks Ich finde die immer noch toll Die Leute, für die Sie kochen Wer ist das? Ja, Stars aus der Punk- und Rock-Szene Und deren Crew Also das geht so Ein Rockstar geht auf Tournee Und da ist dann die Band dabei Der ganze Tourneetross Also Techniker, Beleuchter Und für die alle koche ich dann Ja, was war denn dann so das letzte große Ereignis? Das war die Band Rosenstolz Für die ich schon lange arbeite Wollen wir mal vorne anfangen Wie geht dieses Geschäft so los? Bei Ihnen klingelt das Telefon Und dann heißt es Hallo, hier ist das Management Das Management der Prinzen Wir wollen auf Tournee gehen Herr Hoppenstedt Haben Sie nicht Lust, das Catering Also die Verpflegung für uns zu übernehmen? Ja, genau so Also wenn ich nicht schon ausgebucht bin Dann lasse ich mir die Details geben Und den Touren planen Und dann mache ich ein Angebot Wenn es dann losgeht Dann packe ich riesige Flight Cases Was? Was? Wie bitte? Flugkisten Also große Metallkisten Mit Rollen unten Da sind dann Kühlschränke drin Mein Equipment Warmhaltevorrichtungen Kochwerkzeuge Mikrowelle Und das alles Kommt dann in ein Siebeneinhalb Tonnen Und den fahren Sie dann selbst? Ja klar Das geht ja noch mit einem Dreierführerschein Ja Und dann fahre ich dorthin Wo die Tour losgeht Da baue ich in der Umkleidekabine Von einer Sporthalle Oder was auch immer Meine Küche auf Auf Biertischen Schließe die Herde an Packe den Ofen aus Und das machen Sie alles allein? Ne Meistens gibt es örtliche Helfer Die zupacken Ah und dann geht es los Dann müssen erstmal die Zutaten besorgt werden Ja Ich stehe morgens früh auf Und dann ziehe ich in die jeweilige Metro Meistens habe ich noch einen örtlichen Schattler Schatt? Wann ist das jetzt wieder? Das ist einer Ein Schattler Einer der fährt Das ist ein englisches Wort Ich sehe schon Auf diesem Sender Darf man nicht englisch reden Kriegen Sie von der Band Auch eine Art Wunschliste Was die auf der Tournee Dann unbedingt essen wollen Es gibt Listen Die kann man eintragen Was sogenannte Catering Rider Also Entschuldigung wieder Englisch Sagen wir mal Unterwegs Verpflegungsanforderungsliste Ja Okay Aber das sind meistens Standardsachen Und das habe ich eh im Programm Ich meine klar Ich muss natürlich wissen Ob jemand Allergiker ist Oder Veganer Also kein tierisches Eiweiß ist Oder täglich 20 halbe braucht Oder ein Kilo Schokoride Okay So Jetzt machen wir erstmal eine Pause Und spielen Musik Von einer Band Mit der Sie glaube ich Letztes Jahr auf Tour waren Modelltest 2 Hörverstehen Teil 1 Sie hören nun eine Nachrichtensendung Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal Entscheiden Sie beim Hören Ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 41 bis 45 Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45 Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit Die Nachrichten Bonn Mit einem weltweiten Aktionsprogramm ist in Bonn die Konferenz für erneuerbare Energien zu Ende gegangen Darin haben sich die Vertreter aus 154 Ländern verpflichtet, den Anteil der Versorgung durch Sonnen, Wind und Wasserkraft zu erhöhen Bis zum Jahr 2015 sollen dadurch eine Milliarde Menschen Zugang zu moderner Energieversorgung bekommen Die Umsetzung des Aktionsprogramms soll durch die UNO kontrolliert werden London Das Jahr der Traumhochzeiten nimmt weiter seinen Lauf In Schloss Wessex in Südengland vermählte sich Lady Divina Lewis, eine Großcousine von Queen Elizabeth, mit Gary Lewis, einem geschiedenen Schafscherer vom neuseeländischen Ureinwohnerstamm der Maori Das ungleiche Paar hatte sich vor vier Jahren beim Surfen am Strand von Bali kennengelernt Frankfurt Beim Frankfurter Ferienflieger Adler droht Stellenabbau Rund 400 Arbeitsplätze sind gefährdet Dies teilte Konzernchef Peter Hindemith Klein gestern bei der Veröffentlichung der Jahresbilanz mit Grund für die schlechten Zahlen sei die rückläufige Ertragslage, besonders im Bereich der Mittelstrecken In Gesprächen mit den Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern will man nun versuchen, alternative Sparmaßnahmen zu finden Ulm In Ulm wird heute mit einer Feier vor dem Münster der 95. Deutsche Katholikentag eröffnet Dazu werden rund 25.000 Besucher erwartet Bis Sonntag gibt es über 800 Veranstaltungen Im Mittelpunkt stehen religiöse, kulturelle und gesellschaftspolitische Themen wie die Genforschung und der Dialog mit dem Islam Neben Gottesdiensten und ökumenischen Gebetsfeiern finden im Rahmen dieses christlichen Laientreffens unter anderem Konzerte, Vorträge und Diskussionen statt Berlin Um Punkt 10 Uhr heute Morgen wurde in der Hagener Innenstadt der lange Oskar, so wurde das Bürogebäude von den Hagenern genannt, gesprengt In wenigen Sekunden verwandelte sich das Hochhaus in einen Haufen Schutt Nach Schätzungen der Polizei hatten sich rund 40.000 Zuschauer zu dem Spektakel versammelt Nie zuvor war in einer europäischen Großstadt ein derart hohes Gebäude durch Sprengung abgerissen worden Hörverstehen Teil 2 Sie hören ein Rundfunkinterview Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen Sie hören dieses Interview nur einmal Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55 Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55 Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit Miriam Pressler ist bei uns zu Gast in Hörensagen Sie ist Autorin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Übersetzerin und fremdsprachliches Multitalent Mehr als 30 Bücher hat Miriam Pressler inzwischen verfasst und über 200 Titel aus verschiedenen Sprachen übersetzt Guten Morgen Frau Pressler, schön, dass Sie bei uns sind Im Juni, genauer am 18. Juni, Ihrem Geburtstag, wird Ihnen die Ehrendoktorwürde der Universität von Groningen verliehen Freuen Sie sich darüber? Ja, natürlich freue ich mich darüber Es ist, vor allen Dingen, es ist auch so unerwartet Und ich habe halt wirklich etwa fünf Jahre lang über Anne Frank gearbeitet Und das ist wohl der Hauptgrund dafür Freuen Sie sich auch darauf, auf die Feierlichkeiten? Sehr Wenn Sie dann in Groningen sein werden Sie übersetzen ja sehr viel aus dem Niederländischen ins Deutsche Und die Laudatio gehalten werden wird Wie werden Sie antworten? Ich werde niederländisch antworten Ich habe noch drei Monate Zeit, um die Sprache auch in der umgekehrten Richtung zu üben Denn ich brauche ja keine Wörter zu lernen Passiv habe ich die ja alle drauf Ich muss nur irgendwie mich dazu bringen, dass ich auch spreche Das ist nämlich interessant, weil viele Menschen gar nicht wissen, dass man von einer Sprache in die andere Sprache übersetzen kann Ohne diese Sprache auch sprechen zu können Man denkt automatisch, was man ja dann kann Das kann man locker Sie haben die Biografie der Anne Frank geschrieben Ja, ich habe vor allen Dingen Es hat ja angefangen damit, dass ich die historisch-kritische Ausgabe übersetzt habe Ja Das ist ein Riesenbuch Und dann habe ich eine neue Leseausgabe von Anne Frank zusammengestellt Die deutsche Übersetzung, die es früher gab Die war nicht besonders gut Die war von einer sehr alten Frau gemacht Und die hat... Es fehlte ihr der Kontakt zur deutschen Sprache Und ihre Sprache klang sehr altmodisch Und jetzt erwähnen wir mal was Privates Mutter von drei inzwischen erwachsenen Töchtern Und Großmutter von wie vielen Enkelkindern? Sechs Haben Sie überhaupt Zeit für Ihre Enkel? Sie machen Lesereisen ohne Ende Sie schreiben viel Ja, also ich habe... Die Enkel wohnen ja nicht direkt neben uns Und wenn sie kommen, habe ich natürlich Zeit Und wir haben angefangen, jedes Jahr mit drei Enkeln in Urlaub zu fahren Wohin geht's? An die Adria Und wohin geht's da an die Adria? Ach, irgend so einem Campingplatz in der Nähe von Venedig Immer derselbe? Bis jetzt, ja Wie oft waren Sie da schon? Dreimal Was ist der Vorteil vom Campingplatz? Dass er geschlossen ist Und dass die Kinder frei laufen können Und man kann dort solche Wagen mieten Mit Aircondition und Platz und so Und das ist sehr bequem Schon die gehobene Campingplatzklasse Was machen die drei Töchter? Schreiben die alle wie Sie? Nein Frau Pressler, Sie wurden 1940 in Darmstadt geboren Mitten im Zweiten Weltkrieg hineingeboren In ein Land, das von den Nazis beherrscht wurde Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit? Wann setzen diese Erinnerungen ein? Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen Und meine Erinnerungen haben sehr, sehr stark mit Krieg zu tun Also ich erinnere mich an Bombardierungen An, ja, an Keller und solche Sachen Das war in Darmstadt? Das war in der Nähe von Darmstadt Und Ihre Pflegeeltern, was für Menschen waren das? Die waren sehr alt Die haben außer mir noch vier eigene Enkel aufgezogen Und es waren sehr einfache Menschen, ja Also fast Pflegegroßeltern Ja, eigentlich, ja Und die haben Sie in welcher Art und Weise aufgezogen? Würden Sie nachträglich sagen, das war okay so? Nein Nicht? Nein Warum nicht? Möchte ich lieber nicht drüber sprechen Gut Sie waren dann in einer Art Internatsschule ab dem 11. Lebensjahr Ja Welche Menschen waren in dieser Zeit für Sie wichtig? Niemand Niemand Ich war sehr allein damals Dieses Alleinesein, das taucht auch in Ihren Werken zum Teil auf Kinder, die sich alleine fühlen, die damit Schwierigkeiten haben Aber auch aus diesen Schwierigkeiten wieder herauskommen Vielleicht frage ich mal nach dem ersten Buch, an das Sie sich erinnern können Das allererste Buch Da war ich fünf Jahre alt oder vier Jahre alt Ich weiß es nicht mehr Ich konnte jedenfalls schon lesen Ich konnte lange lesen, bevor ich in die Schule kam Und meine Pflegemonter ist immer putzen gegangen Und da habe ich von einer dieser Damen ein Buch geschenkt bekommen Das war ein Reiseführer St. Petersburg Reiseführer St. Petersburg Und den haben Sie also verschlungen? Ja, das war allererstes Buch Lange Jahre, mein einziges Buch Ihre ersten Leseerfahrungen haben sich wo abgespielt? An welchem Ort? Oh, an sehr vielen Orten Also zu Hause nicht Bei uns musste jeder arbeiten Und lesen galt als Zeitverschwendung Ich habe vorwiegend draußen gelesen Wir hatten einen Schuppen, da war ein Dachboden drüber Da habe ich sehr gerne gelesen Und bin ich sehr oft in den Wald gegangen lesen Und ja, eigentlich wann immer ich konnte Ich hatte immer irgendwo ein Buch bei mir Viele Menschen, die später Schriftsteller werden Führen von Kind an schon Tagebuch Haben Sie das getan? Ich habe einmal Tagebuch geführt Da war ich noch bei meinen Pflegeeltern Und meine Pflegemonter hat mein Tagebuch gefunden und gelesen Und seitdem habe ich nie wieder Tagebuch geführt Dabei machen Sie ein sehr grimmiges Gesicht Ja Das hatte also üble Folgen Das hatte sehr üble Folgen Die Sie jetzt auch nicht weiter ausführen wollen, nehme ich an Es wurde bei uns halt schnell geprügelt Es wurde schnell geprügelt Also es gab Erfahrungen von geprügelt, geschlagen werden In Ihrer Kindheit Das ist ja wichtig Das ist auch wichtig Wenn man anfängt zum Beispiel Ihre Bücher zu lesen Und verstehen zu wollen, woher kommt das? Warum beschäftigen Sie sich so viel? Modelltest 3 Hörverstehen Teil 1 Sie hören nun eine Nachrichtensendung Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 41 bis 45 Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45 Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit 15 Uhr die Nachrichten Nürnberg In Deutschland ist nach Angaben von Experten im Mai die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um rund 150.000 gesunken Demnach hatten circa 4,3 Millionen Menschen vergangenen Monat keine Arbeit Das sind 50.000 weniger als im Vorjahr Die Arbeitslosenquote ging damit binnen Monatsfrist um 0,4 Punkte auf 10,3 Prozent zurück Vor einem Jahr lag sie noch bei 10,4 Prozent Bundeswirtschaftsminister Kliemann sprach von erfreulichen Maizahlen Gegenüber dem Deutschen Radio meinte er Die Entwicklung zeige, dass man mit den Reformen den richtigen Kurs eingeschlagen habe Vor allem die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen habe sich günstig entwickelt Mexiko Russland und Mexiko wollen ihre bilateralen Beziehungen ausbauen Das vereinbarten der russische Präsident Putin und der mexikanische Staatschef Fox bei einem Treffen in Mexiko-Stadt Unter anderem verständigten sie sich auf einen Wissensaustausch auf dem Gebiet der Ölförderung und Verarbeitung Geplant sind ferner Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen sowie über die Zusammenarbeit von Banken Putin besuchte als erstes russisches Staatsoberhaupt Mexiko Berlin Schlechtes Wetter, frostiges Konsumklima und die beispiellose Rabattschlacht haben dem deutschen Einzelhandel einen enttäuschenden Sommerschlussverkauf beschert Mit Preisnachlässen von 50 Prozent lockt man heute offenbar niemanden mehr hinter dem Ofen hervor sagte der Sprecher des Branchenverbandes HDE, Hubertus Pellengar, gestern Die Umsätze blieben weit hinter dem Vorjahr zurück und verglichen mit dem Vorjahr rechne man mit einem Umsatzeinbruch von bis zu 5 Prozent Ein Gericht in Düsseldorf hat eine Studentin wegen Bombendrohungen gegen den Düsseldorfer Flughafen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt Die 28-Jährige hatte im vergangenen September mit mehreren Telefonanrufen den Flughafen lahmgelegt Am letzten Tag der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen mussten rund 15.000 Fluggäste das Gelände verlassen Die Studentin muss nun mit Schadensersatzforderungen von rund 1,5 Millionen Euro rechnen New York Der Präsident der Weltbank, James D. Wolfenson, hat die Haltung der reichen Länder gegenüber der sogenannten Dritten Welt kritisiert Wenn es dabei bleibe, dass einer Milliarde Menschen 80 Prozent der Ressourcen zur Verfügung stünden und den anderen 5 Milliarden der Rest werde sich an den Problemen nichts ändern, sagte Wolfenson der Süddeutschen Zeitung Zudem bemängelte er, dass in den reichen Staaten zunehmend innenpolitische Themen wie die Sorge um Wachstum und Arbeitsplätze die Diskussion beherrschten Zwar halte er die Welt nicht für unfähig, Probleme wie die Armut zu lösen Doch frage er sich, ob sie den Willen dazu habe In der Nacht ereignete sich im Erich-Kästner-Kinderdorf in Roding, Landkreis Cham, eine schwere Explosion Dabei wurde kurz vor Mitternacht das Gebäude in der Wiesenmühle so schwer beschädigt, dass es wohl abgerissen werden muss Als Ursache für die Explosion nimmt die Polizei fahrlässiges Verhalten an Einer der Jugendlichen des Dorfes soll in der Werkstatt eine Gasflasche geöffnet und dabei ein Feuerzeug entzündet haben Die Flammen sind inzwischen gelöscht, die Feuerwehr hat mit der Durchsuchung des Gebäudes begonnen In den Trümmern sollen vier Tote liegen Hörverstehen Teil 3 Sie hören jetzt fünf kurze Texte Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen Sie hören diese Ansagen nur einmal Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 56 bis 60 Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch Nummer 56 Sie hören folgenden Veranstaltungstipp im Radio Alle Jahre wieder für Nürnberger und Menschen mit Herz aus aller Welt Der Christkindlesmarkt findet in Frankens Metropole der Christkindlesmarkt statt Feierlich eröffnet am Freitag, den 28. November, am frühen Abend um halb fünf Traditionsgemäß mit dem Prolog des Nürnberger Christkinds Neben Glühwein, Lebkuchen und gebrannten Mandeln Thüringer Bratwurst und belgischen Pommes Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge und aus Franken Bietet der Christkindlesmarkt heuer einen besonderen Service Eltern können ein Geschenk beim Nikolaus am Hans-Sachs-Platz abgeben Und ihre kleinen nach Terminvereinbarung vom Nikolaus beschenken lassen Der Service ist kostenlos Nummer 57 Sie interessieren sich für Landwirtschaft und hören folgendes im Radio In Hochspeyer feiert morgen der deutsch-französische Bauernmarktpremiere Dort präsentieren sich rund 30 deutsche und französische Erzeuger Sie bieten umweltschonend hergestellte Waren wie Wurst, Marmelade oder auch Bio-Weine an Zum Probieren vor Ort und natürlich auch zum Mitnehmen Der deutsch-französische Bauernmarkt will die Landwirtschaft in der Region stärken Und den Verbrauchern klar machen, es geht auch ohne Chemie und Pharma Nummer 58 Sie lieben Volksmusik und hören folgenden Tipp im Radio Holetio! Freunde unverfälschter Volksmusik sind herzlich willkommen zu einem Jodelkurs Einfach mal ausprobieren, wie das mit dem Jodeln so geht Franz Bärwind, der Betreiber der Heilsheimer Kleinkunstbühne, lädt sie ein Es geht dabei nicht um das wirklich virtuose Jodeln, das seit über 150 Jahren selbst in Japan praktiziert wird Sondern um die ganz einfachen Jodler Der Kurs beginnt in einer halben Stunde und endet um 17 Uhr Wer lieber nur zuhören möchte, der sollte zum bayerischen Jodelabend kommen Ebenfalls heute in der Kleinkunstbühne Na dann Holetio! Viel Spaß! Nummer 59 Sie hören den Verkehrsfunk im Radio Die Verkehrsmeldungen A4 Frankfurt, nein Erfurt, Kirchheim Dort ist die Ausfahrt Eisenach-West wegen einer Baustelle bis ca. 9 Uhr gesperrt Unsere Umleitungsempfehlung, nehmen Sie die Ausfahrt Herdeshausen A5 Karlsruhe-Heidelberg zwischen Kreuzwaldorf und Raststätte Hartwald, ein Unfall Der linke Fahrstreifen ist gesperrt Und im weiteren Verlauf der A5 zwischen Heidelberg und Weinheim ein Unfall und stockender Verkehr A45 gießen Dortmund zwischen Gambacher Kreuz und Wetzlarer Kreuz stockender Verkehr wegen Neugieriger Nummer 60 Sie rufen bei einer Computerfirma an und hören folgendes Liebe Kundin, lieber Kunde Sie sind verbunden mit dem elektronischen Sprachdienst von Computerworld Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne mit ihrem freundlichen Service von 8 bis 20 Uhr weiter Auskünfte zu Hard- und Softwareprodukten erhalten Sie unter der 177170 Die 701717 verbindet Sie mit unserer technischen Abteilung Bei Fragen zu Antivirenprogrammen wählen Sie bitte die 717071 Die Wurm-Hotline steht Ihnen unter der Nummer 11710 zur Verfügung Wir wiederholen diese Ansage Auskünfte zu Hard- und Softwareprodukten Hörverstehen Teil 3 Sie hören jetzt fünf kurze Texte Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen Sie hören diese Ansagen nur einmal Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 56 bis 60 Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch Nummer 56 Sie rufen den Wetterdienst an und hören Folgendes Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr Sie sind verbunden mit der automatischen Ansage der Wetterstation in Potsdam Sie hören die Pollenflugvorhersage des Deutschen Wetterdienstes Ausgegeben heute Mittwoch 10 Uhr Bis Freitag ist mit starkem Birkenpollenflug an den Seen rund um Berlin zu rechnen In der Uckermark und der Mecklenburger Seenplatte wird in der Zeit zusätzlich Gräserpollenflug erwartet Nummer 57 Sie hören folgenden Veranstaltungstipp im Radio Es ist mal wieder so weit Frankfurts Banken und Bürogebäude in der Innenstadt können am kommenden Wochenende im Rahmen von Führungen betreten werden Versäumen sollten Sie es nicht, den wechselnden Blick von Citibank, Japan Center, vom Messeturm, den Zwillingstürmen der Deutschen Bank auf die Stadt, den Main, den Taunus und den Odenwald zu genießen Wie im letzten Jahr ist auch diesmal mit großem Andrang zu rechnen Karten gibt es daher auch schon vorher an den bekannten Vorverkaufsstellen, am Empfang des Messeturms sowie dem Haupteingang der Europäischen Zentralbank, wo der Rundgang auch startet Nummer 58 Sie interessieren sich für Afrika und hören folgendes im Radio Lust auf Afrika? So ganz in der Nähe? Große wilde Tiere im Mondschein sehen? Wer das erleben möchte, sollte zur afrikanischen Nacht im Kronberger Opel Zoo kommen Am 8. und 9. Juli, jeweils von 21.30 Uhr bis 2 Uhr, können sie Tiere aus der afrikanischen Savanne bei geheimnisvoller Beleuchtung durch Feuerkörbe und Fackeln beobachten Dazu Feuertänzer afrikanische Masken, untermalt von den heißen Rhythmen einer Percussionband Kasseneinlass ist ab halb 10 Nummer 59 Sie wandern gerne und hören im Radio folgenden Tipp Ja, das Wandern ist es Müllers Lust Am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr lädt der Wanderverein Grüner Strumpf, alt und jung, zum Ausflug ins Ronneburger Hügelland ein Durch Eichen und Buchenwälder marschieren wir zur größten Burgfeste Hessens Treffpunkt der circa 5-stündigen geführten Wanderung ist die Autobahnraststätte Hanau-Nord Wen unterwegs, der Hunger überkommt, auf der 17 Kilometer langen Strecke sind ausreichend Einkehrmöglichkeiten in landestypischen Gasthöfen vorhanden Und den, der durchhält, belohnt der Wirt des Burgrestaurants mit Ritterspieß, Grillwürstchen und Schwarzwälder Kirschtorte Lust bekommen? Dann machen Sie doch mit, aber denken Sie dran, festes Schuhwerk nicht vergessen Nummer 60 Sie hören den Verkehrsfunk im Radio Und nun der Verkehrsfunk A3 Würzburg Richtung Nürnberg Zwischen Höchstadt Ost und Erlangen West Zurzeit 5 Kilometer Stau wegen eines defekten Fahrzeugs Vorsicht, der Stau befindet sich hinter einer Kurve A7 Ulm Richtung Füssen Zwischen Bad Grönenbach und Dietmannsried Behinderungen durch einen umgestürzten Lkw A7 Füssen Richtung Ulm Zwischen Kempten und Altusried ist der linke Fahrstreifen nach einem Lkw-Brand gesperrt 7 Kilometer Stau Es gibt eine Umleitung ab Ahlen-Oberloch über die U14 A9 Nürnberg-München Zwischengarten Untertitelung des ZDF, 2020